Und damit herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 4. Es war also tatsächlich Sandler, dieser komische Typ da mit seiner Kapuze, der Ashley kontrolliert, sie fast dazu gebracht hätte, uns zu erschießen und sie jetzt auch noch verschleppt hat. Wir haben im letzten Part einiges an Heilung gefunden, was ganz cool ist. Haben allerdings auch noch ziemlich viel Munition dabei verballert, ne? Dadurch haben wir jetzt nicht mehr so mega krass viel. Ich hoffe, jetzt kommen nicht direkt wieder irgendwelche Mega-Gegner. Und wir finden zuerst vielleicht ein bisschen was. Wir haben jetzt auch die Schatzkarte. Endlich mal. Deswegen sollten wir Schätze und so weiter ein bisschen leichter finden. Okay, was haben wir denn? Die Verteidigung ist nicht ohne. Ja, ganz normale Dudes. Die können wir easy platt machen. Das muss das Heiligtum sein. Da ist Ashley. Sagen wir bitte nicht, der finale Kampf ist gegen Ashley selbst, weil sie einfach kontrolliert wird und sich nicht mehr dagegen wehren kann. Das wäre so fucking sad shit. Hoffentlich nicht. Hoffentlich einfach nur nicht. Das wäre so scheuse. Hallo Händler. Also ich sag's doch, der Händler ist aber immer dein Freund. Was auch passieren mag. Der Händler lässt sich nicht von irgendwelchen Dingen beeinflussen. Der Händler lässt sich nicht abbringen vom Pfad. Der Händler macht einfach immer alles richtig. Der Händler ist immer bei dir. Der Händler hat allerdings aber auch leider nichts mehr, was ich so wirklich gebrauchen kann. Deswegen gehen wir einfach mal weiter. Hatte ich nicht noch so ein... genau. Ich hatte doch eigentlich noch so ein... Das biosensorische Zielfernrohr haben wir auf die Sniper gemacht. Aber hatte ich nicht noch irgendwie ein anderes? Genau, ich hatte noch ein ganz normales, ne? Das können wir auf das CQBR-Stromgewehr machen. Jetzt ist dann halt das quasi, sieht das so aus. Und das... die Sniper sieht so aus. Noch mal einmal vielleicht ein bisschen durchladen hier. Wer weiß, was uns hier gleich erwartet, ne? Naja, da geht's nämlich schon wieder los. Geht doch. Alter, alter, was? Was? Hallo? Ich kann mich gar nicht bewegen. Was war das? Hä? Vor allem hat mir da jemand geholfen? Der Helikopter hat mir geholfen. Der hat auf die Gegner geschossen. Ich hab erst gedacht, der schießt auf mich. Und hab schon gedacht, das war's jetzt. Oder? Ja, Mann! Ja, Mike! Ja, Mann! Let's go! Wer auch immer du bist, hilf mir einfach! Ja, Mann! Das... Das ist der Kampfgeist. Geilo, weiter so! Mach die richtig platt, Junge! Schieß die alle über den Haufen! Geilo! Okay, jetzt kommen wir aber doch sehr, sehr viel. Ich brauche hier die Hilfe des Helis, wirklich. Heli, Heli! Ja, puste die komplett weg! So, ist gut! Ich bin hier noch nicht ganz fertig, ne? Aber wenn ich's bin, dann gehe ich da auf jeden Fall lang. Aber hier fehlt noch ein Schatz. Ah, warte, 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 warte. Wir müssen da gar nicht hoch. Ich seh den Schatz schon. Hier. Roter Beryl. Jetzt können wir weiter. Los, 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 los. Ich schau mal einmal ganz kurz, ob die Aufnahme so weit alles super läuft. Yo, alles klar. Wunderbar. Überlass das Gebiet ab hier mir. Mach ne Verschnaufpause, bevor der Spaß für dich weitergeht. Öh. Oh Gott! Ja, das mit dem Gebiet Bier überlassen hat ja wirklich wunderbar funktioniert, wirklich. Mike, danke. Das hättest du ne Millisekunde früher machen müssen, ey. Ja, gar nicht schlecht. Jetzt hab ich sehr viel Leben unnötigerweise verloren. Ich kann mit seiner Hilfe hier auch so ein bisschen... Nicht so viel Muni verschwenden, oder? Ich muss einfach nur warten, bis er die Typen alle über den Haufen pustet, hier. Schießpulver. Endlich mal Hilfe von jemandem, ey. Endlich mal actually Hilfe von jemandem. Oh Gott. Pass auf, Alter. Okay, ja. Ich kümmer mich. Ich kümmer mich. Alles gut. Ich hab gedacht, das war's schon mit ihm. Sag mal, wie komm ich noch überhaupt rein? Erstmal ist da noch ein Schatz. Eine Sekunde. Der hat Vorrang, ne? So, wie kümmer ich mich jetzt... Wie kümmer ich mich denn jetzt, wenn ich da nicht reinkomme? Durch die Gitter, oder was? What? Dann muss es hier irgendwo weitergehen, oder? Ich hoffe, ich hab jetzt hier kein Zeitlimit. Von wegen, wenn ich jetzt zu lange warte. Ja, eine Sekunde. Ich muss erst mal wissen, wo ich überhaupt weitergehen muss. Ich schätze mal hier hinten, ne? Ja. Oh Gott, was? Von wo denn jetzt? Wer denn? Überhaupt? Ah, das ist jetzt blöd. Oh, Alter. Fuck. Lass den Shit. Jungs, ihr seid ein paar viele, ne? Das wisst ihr bestimmt auch schon. Ich wollte es euch trotzdem nur mal wissen lassen. Nur für den Fall der Fälle. Was soll denn das? Hab ich noch ne Granate? Ja, ich hab noch ne Granate. Okay, der scheint sicherlich keinen Bock auf Sterben zu haben. Gar keinen Bock. Gar keinen Bock auf Sterben. Hä? Was soll denn das? Junge, was hat der denn getankt? Was? Das war die gesamte MP-Money und ein Teil der Pistol-Money. Kannst du mir doch nicht erzählen. Geh down, Mann. Geh einfach down. Einfach nur down. Okay. Die ganzen Rohstoffe können wir jetzt immerhin so ein bisschen verarbeiten. Wo ist jetzt noch ein Gegner? Der hier rumnervt. Da oben. Ist jetzt Ruhe mit euch da oben, oder was? Wo ist hier noch Schießpulver? Nehme ich gerne mit. Hier unten ist auch noch was. Hab ich alles? Alles? Okay, mein Gott. Stressig hier. Stressig. Hier ist noch Schießpulver. Pistol-Money. Rotes Kraut. Sehr nice. Hier können wir den Riegel aufmachen. Können wir auch von der anderen Seite aus rein. So, wir müssen das Geschütz jetzt mal ausschalten hier. So gelbes und rotes können wir mal kombinieren. Und dann können wir das eigentlich nochmal gleich kombinieren? Ne, ne? Ne, dafür brauchen wir jetzt nochmal grün. Das dann hätten wir wieder so ein Ultima... So ein Ultimate Kraut. Was richtig nice wäre. So wie... Ja, ich weiß, dass der Hubschrauber die ganze Zeit über abgeballert wird. Hä? Wo geht's denn hier rein? What? Muss ich hier rein? Nee. Eigentlich nicht, oder? Aber da ist noch ein Erste-Hilfe-Spray scheinbar. So leid es mir ja auch tut, ne? Ach so. Ich bin einfach nur wieder hier unten. Leute. Ich hab gedacht, das ist jetzt dieser mega krasse Weg. Warte mal, warte mal, warte mal. Wo ist das Erste-Hilfe-Spray? Jetzt haben wir nicht gescheuert. Wo ist das? Och, das ist jetzt in der Area, wo ich nicht mehr hinkomme. Ach, dann scheiß drauf, Digga. Wie komm ich denn da hoch? Ich hab diese Leiter immer noch nicht gefunden. Wo ist diese scheiß Leiter, die mich da einfach hochlässt? Ich schätze, ich geh einfach hier weiter, weil das der einzige Weg ist, da jetzt irgendwie noch Sinn macht, oder so. Ja, sieht, sieht gut aus. Genau, verbrennt mal. Verbrennt einfach alle. Oh Gott, da ist schon wieder so einer. Wo ist der, wo ist der? Ach da. Zack, direkt Headshot. Dann hört er gleich auf. Hör auf damit! Hör auf, lass das, lass das. Lass das einfach gleich allesamt bleiben hier, Jungs. So kommen wir doch hier nicht weiter. Mein Gott. Das ist aber auch actionreich hier. Zu viel Action, damit komm ich nicht klar. Okay, mit dem MG können wir wahrscheinlich sein, äh, das Ding da kaputt machen. Okay, grünes Kraut. Geil. Jetzt können wir eine Mega-Mischung machen. Oh, jetzt haben wir dreimal grün. Jetzt bin ich bescheuert. Ich hätte die andere Mischung, ich hätte mir mal durchlesen sollen, was genau ich da herstelle. Scheiße. Naja, jetzt haben wir ein mega krasses Heal, was uns komplett voll healed, meinetwegen auch so. Äh, das wollte ich nicht. Sondern das hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne, 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 das lass mal gleich ganz bleiben. Lass das einfach gleich alle ganz bleiben, okay? Oh Gott. Nein, nicht getroffen, Schnaps gesoffen. So, wer muckt jetzt hier noch? Ja, ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, genau, Helikopter. Hilf mir, Mike, hilf mir. Warm. Ja, komm, 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 komm. Ja, nicht mehr rechtzeitig geschafft. Oh, nö. Nicht wieder so ein ekelhaftes Viech. Du bist ein wahrer, ein wahrer, Bro. Was ist denn jetzt los? Okay, habe ich noch irgendwie eine normale Granate? Ja, habe ich tatsächlich. Die würde jetzt, die würde jetzt gut zum Einsatz kommen, da, bei den Spacken. Hat die irgendwie überhaupt nichts gebracht? Wie kann das denn sein? Die war wirklich mittendrin. Na ja, hier stehen alle so schön hintereinander. Und ich habe so selten die Möglichkeit, bei den Bosskämpfen wirklich die Sniper so richtig zur Geltung kommen zu lassen. Dann mache ich es halt jetzt bei euch. Na? Warum nicht? Vielleicht noch ein bisschen mehr Muni herstellen. Alter, das ist richtig Remi-Demi hier jetzt. Nein, nee, nee, nee. Oh! Aua! Lass den Scheiß. Lass den Scheiß gleich bleiben. Gott, du musst ja auch gucken, dass du alles mitnimmst, ne? Grünes Kraut nochmal. Ja. So, jetzt nicht verkacken. Grün, Rot, Gelb. Genau. Die Ultimative. Ich gebe dir dein ganzes Leben wieder und, äh, erhöhe das maximale Leben-Kombo. La Plaga! Hör auf damit! Hör auf damit! Hör auf damit! Hör auf damit! Oh! Hör du auf damit! Ach, fickt euch. Fickt euch mit eurem Scheiß-MGs. Wo habt ihr bitte gelernt, die richtig zu benutzen? Ich geh da hoch und benutze selber ein MG. Du down. Mann, Digga, fuck you! Ich wollte gerade schießen. Hör auf, eine Sekunde bitte. Dass ich dich einfach töten kann. Warum bist du nicht schon längst tot? Ich hab vorhin schon auf dich geschossen. Sterben sie doch einfach mal. Und sieh auch. Stirb du jetzt bitte. Ich hab so, so oft auf dich geschossen. Stirb. Stirb. Und auf dich hab ich eigentlich auch schon so oft geballert. Holy fuck, geh drauf, verdammt nochmal. Es ist ja unnormal. So. Keine Pistole-Money mehr so wirklich. Jetzt muss MP regeln. Hat sich jetzt wieder geändert. Alter, was? Warte, warte, warte. Ich kann das MG benutzen, nicht wahr? Ich schieße euch so über den Haufen, Jungs. Wenn ihr so spielen wollt, dann spielen wir alle so. Oh Gott. Keine Muni mehr. Da muss es dann doch auf die altmodische Weise. Zack. Was grunzt denn da so? Sind das normale Dudes? Ich hab grad gedacht, das ist ein krasser oder so. Aber ne. Das dürfte ein normale sein. Rotes Kraut nochmal. Ehre. Ich brauch nur nochmal ein grünes. Okay, es ist ein krasser. Hör auf, damit du scheiß Drecks. Fuck Parasit. Geh einfach down. Ich hasse euch alle. Jeden einzelnen von euch. Ihr seid alle scheiße. Okidoki, okidoki. Wir benutzen jetzt das, was uns auch... Oder? Oder? Ja, ich muss. Ich muss eigentlich. Eigentlich muss ich. Ich muss. Keine Wahl. Habt einfach zu wenig Leben. Ich wusste auch noch gar nicht bis eben, dass ich hier irgendwelche Scheiter umlegen muss. Ich mach's jetzt einfach mal, ja? Scheinbar, um das Tor zu öffnen, mussten wir Scheiter umlegen. Hier ist so viel Chaos und Wirrwarr, dass ich das gar nicht mitgekriegt hab. Aber okay, meinetwegen. Ist hier bitte nochmal grünes Kraut oder irgendwas zum Gehlen? Nochmal Rotes, ja. Jetzt hab ich zweimal Rotes. Was soll mir das bringen? Flintenmuni. Meinetwegen. Okay. Haben wir hier alles? Ja, scheinbar. Scheinbar, ja. Außer, wie gesagt, dieses... Dieses Erste-Hilfe-Spray, was ich dann aber einfach in der Area davor vergessen hatte. Da kommen wir jetzt halt auch nicht mehr ran. Mike, wo bist du, wenn ich dich brauche? Hilf mir mit deinem Helikopter. Also, wenn ich dich irgendwann gebraucht hab, dann jetzt, ne? Ja, definitiv. Aber ich seh da ein blaues... Warte mal. Warte mal, ich seh da ein blaues Medaillon. Ich hab da ein blaues Medaillon genau gesehen. Das heißt, da gibt's noch eine Quest für blaue Medaillons. Lol. Schön langsam. Was? Verdammt! Oh Gott. Oh Gott. Das sieht für Mike aber gar nicht gut aus. Na toll. Ey, du hast gesagt, du gibst mir einen aus. Halt dein Versprechen. Scheiße. Der hält sein Versprechen nicht. Stattdessen hat Lord Saddler einen coolen Auftritt mit dieser Flamme im Hintergrund und diese Scheiß-Drecks-Plager-Fuckvie hier kommen jetzt. Du bist der nächste Sender. Verlass dich da. Ach Mann. Ey, wir haben einmal einen, wir haben einmal einen Maid, ne? Und dann stirbt der auch wieder. Das kann's doch echt nicht sein. Also, der Händler ist ja wirklich der Einzige, der beständigerweise für immer bleibt. Alle anderen verlassen uns. So, ich hatte hier aber auf jeden Fall Medaillons gesehen, ne? Ah, hier war auf jeden Fall ein Medaillon, auf jeden Fall. Warte, da würde ich noch... Warte, gut, dass er das jetzt irgendwie nicht erkannt hat, die Eingabe. Eigentlich habe ich schon auf F gedrückt. Hier kommt doch jetzt bestimmt ein Händler, oder? Siehste? Da unten geht's nämlich schon los. Hä? Okay. Ja, und da ist auch der Auftrag dafür schon. Wir dürften dann aber die Medaillons auch auf der Karte wieder sehen, richtig? Kampf den Medaillons 6. Ich will, dass jedes einzelne blaue Medaillon in diesen Ruinen zerdeppert wird. Selbst dieses Drecksloch von einer Insel würde ohne sie besser aussehen. Kommt jetzt hier der Händler, oder... oder nicht? Lagerraum für Testexemplare? Okay, warte mal. Vielleicht zerstören wir erstmal die Medaillons, die jetzt hier noch sind. Da zum Beispiel. Also, sag mal, diese Hit-Connection ist aber auch absoluter Moch. Da können wir noch hoch. Mit Sicherheit nicht grundlos. Ist hier jetzt noch ein Medaillon? Hier nicht, ne? Also hier sehe ich jetzt keins drin. Aber das war das, was wir hier irgendwo gesehen hatten, ne? 100 Pro, 100 Pro. Hier irgendwo. Scheiße, warte. Ne. Wo auch immer es da runter geht, wo geht's denn da überhaupt? Ach so. Ach so, das ist nur so ein kleines Ding, wo ein Schatz kommt. Okay. Dann können wir da runter gehen. Da geht's gar nicht weiter. Aber irgendwie ist mir das hier ein bisschen sass, oder nicht? Grabinschrift bei den Klippen. Kommt hier jetzt ein Skelett, wenn ich mich des Schatzes bediene? Ich hab'n Zepter, okay? Ein Zepter ist cool. Kommt hier jetzt echt kein Gegner, lol? Hätte ich jetzt wirklich erwartet. Warte mal. Aber. Irgendwo in diese Richtung ist ein Medaillon. Und ich kann nicht anders als zu glauben, dass man das vielleicht auch nur von hier aus sehen kann. Weil es ist auf dieser Ebene, es ist markiert. Hä? Aber von hier aus seh' ich's nicht. Jetzt geht die Medaillonjagd hier wieder los. Da wird man ja wirklich wahnsinnig. Wo ist auch vor allem... Dieses Medaillon. Die sind alle irgendwo hier. Ne Ruinen bei den Klippen. Ich hatte doch vor allem eins irgendwo hier gesehen gehabt, ne? Aha. Okay. Lol. Jetzt von hier aus seh' ich's. Okay. Und das ist das, was da angezeigt wurde. Alles klar. Das haben wir. Dann wird aber eins noch irgendwo da hinten angezeigt. Auf der Ebene noch ein Runde eigentlich. Also eigentlich da, wo wir grad waren. Ich hatte es da nicht gesehen. Hier, genau da. Genau. Eigentlich genau da. Im Wasser eigentlich. Eigentlich im Wasser. Aber kann doch nicht sein. Wo ist das Ding? Hm. Also ohne gehen wir hier nicht weiter, ne? Weil wir kommen... Ich weiß nicht, ob wir nochmal hierher kommen. Das wirkt schon so, als müsste man das Ding jetzt irgendwie finden. Es ist auf jeden Fall eine Etage tiefer. Also es kann eigentlich auch nur möglich sein, das Ding zu finden, wenn wir da nochmal runter gehen. Aber wo? Wo war es da? Selbst als ich in die Ferne blickte, habe ich es nicht gesehen. So, also es kann ja eigentlich... Es kann ja nur da hinten, irgendwo da hinten sein, ne? Also wenn ich hier rausgucke, dann müsste ich es da... Oder? Alter! Ja, tatsächlich. Da. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Okay. Und das Letzte, das ist glaube ich, wenn wir weiterlaufen. Dann hätten wir sie alle wieder gefunden. Die sind aber auch von Mal zu Mal schwieriger versteckt. Kann ich nicht leugnen. Und ich glaube, ich sehe das... Ja, ich sehe das Letzte auch schon. Das hole ich aber, glaube ich, mit der Sniper... Oh, na, mit der Sniper ist scheiße. Mit der Sniper ist richtig scheiße. Warte mal, treffe ich das von hier aus? Ich hoffe mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, Mann. Let's go. So, Händler. Da will ich jetzt aber was für haben, ne? Das versteht sich hoffentlich von selbst. Was zum... Nee! Nee, 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 nee. Warte. Ich habe keinen Bock, ich habe keinen Bock wieder wegzurennen und mich zu verstecken. Ich mache dich diesmal platt. Diesmal nicht. Ich darf an die Säcke nicht geben, komm. Weil da wieder diese Spackenkinder drin sind. Okay, nee, diesmal möchte ich nicht wegrennen. Diesmal möchte ich keine Angst haben. Diesmal stellen wir uns ihnen. Überführung von Textexemplaren, äh, Testexemplaren, nicht Textexemplaren, bin ich blöd. Die Reparaturen wurden ohne Zwischenfälle abgeschlossen. Da die Anlage zuvor als Gefängnis diente, waren nur minimale Eingriffe nötig, um die luftdichte Versiegelung zu verstärken. Vorausgesetzt, wir bekommen keine Probleme mit der Kühlung, planen wir, alle verbleibenden Testexemplare aus Trakt 1 hierher zu verlagern. Alle Testexemplare wurden erfolgreich überführt. Während des Transports kam es zu einem kleineren Zwischenfall, bei dem ein Exemplar aggressiv wurde. Glücklicherweise sind nur wenige Opfer zu beklagen. Bitte lassen Sie beim Umgang mit den Exemplaren stets besondere Vorsicht walten. Es gibt Berichte, denen zufolge sie langsam eine Toleranz für die niedrigen Temperaturen entwickeln. Ja, irgendwas mit diesen Regeneratoren. Die hierher verlagert wurden. Warte, nee. Nee. Roll dich nochmal ab. Hier wollen wir zuerst rein. Ich hab gedacht, hier kommt jetzt irgendwo der Händler, ne? Da lag ich eindeutig falsch. Hier ist nochmal dieses Manneken da irgendwie. Lager für Testexemplare. Na toll, ey. Wir dürfen also gegen noch mehr von denen kämpfen. Scheiße, wenn ich keine Sniper-Money mehr hab, bin ich absolut gefickt, ne? Kann ich noch Sniper-Money herstellen? Ja, kann ich tatsächlich. Gott sei Dank, ey. Sniper-Money ist ja dieses ganz andere wichtig. Ja, 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 ja. Geh gleich da und komm. Ja. Okay, du gehst irgendwie nicht down. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Es ist so schwer, die am Kopf dann nochmal zu treffen, ne? Sag mal, hab ich den jetzt am Kopf getroffen oder nicht? Ich treff ihn irgendwie am Kopf nicht. Was soll das? Warum denn nicht? Ach komm, jetzt sei doch mal nicht lächerlich. Komm, Spiel. Es ist noch ein Hit am Kopf. Ganz offensichtlich gewesen. Komm, jetzt geh down. Oder nicht? Boah, fuck it. Fuck it. Ich bin fast tot. Was soll denn das jetzt? Ist das eine Viper gewesen oder was? Wo? Wo ist die gewesen? Komm. Komm her. Komm her, ich brauch dich unbedingt. Du bist ein Heal-Item für mich. Und ich kann dir eigentlich auch gleich noch eine Kräutermischung herstellen und auch die gleich konsumieren, ne? Das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich glaub, mehr hab ich nicht. Ne. Mehr hab ich auch nicht. Ja, ich glaub, ganz egal gegen welche von denen wir hier gegenlaufen. Das sind vorprogrammiert in manchen von denen einfach welche drin, ne? So, wo genau ist denn jetzt das Ding hier zum... Ah, okay, doch hier. Hatte erst gedacht, ich bin hier falsch, aber scheinbar nicht. Ach, Mann. Ach, Mann. Warum denn noch einer? Spiel, du hast mich gegen genug von denen kämpfen lassen, okay? So, entwickelt der sich auch weiter? Ne. Doch, doch, tut er, doch, tut er, doch, tut er. Nein! Nein! Also, ich bin der... Ich bin der Meinung, dass das ein Hit war, ne? Just saying. Nein! Nicht getroffen! Was mach ich jetzt? Nein! Okay, ich kann ihn auch mit normalen Waffen treffen, aber es ist fucking schwer. Das geht nur bei diesem Kopf-Hit geht's, aber bei diesem... Aber nicht bei einem Körper-Hit. So, Beeilung, 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 Beeilung. Ah, stressig, 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 stressig. Alles so stressig in diesem Game. Unfassbar. Aber da ist wieder die einzige Konstante im Game, der Händler. Herr mit den Rohstoffen, die kann ich wirklich gut gebrauchen. Ansonsten, ja. Wir haben natürlich noch viele Schätze, wo wir was einsetzen könnten. So, das hier zum Beispiel, ne? Das kann dann weg. Das kann tatsächlich... Das ist irgendwie... Nice! Das ist sogar sehr, sehr nice. Zwei Schätze, die wir komplett verkaufen können jetzt. Ich weiß auch nicht, brauchen wir die Schlüsselkarte Stufe 3 noch? Never, oder? Schraubenschlüssel... Komm, ich hau jetzt alles mal weg. Wir sind da eh... Wir sind aus diesen Gebieten eh lange raus. There is no way, dass wir da jemals wieder lang kommen. Zepter können wir verkaufen. Und das können wir alles zack weg damit. 100k, zack. So, die Schutzweste wird wieder repariert. Das Messer will ich nicht tunen. Nicht unbedingt. Die MP, Angriffskraft, zack, zack, zack. Bisschen die Shotgun noch, okay. Wofür sonst sollen wir was benutzen, ne? Er hat keine Heile-Items oder so, wo wir was machen könnten? Gut, okay. Dann bedanke ich mich an der Stelle recht herzlich fürs Einschalten und wir sehen uns an der Stelle im nächsten Part wieder. Tschöli dö! Tschöli dö! Untertitelung. BR 2018